Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und heute geht es los mit den Support Vector Machines. Die sind sehr berühmt, ich weiß es und deswegen wird es wahrscheinlich auch eine relativ lange Unterserie mal wieder. Habe ich jetzt die letzten paar mal immer gesagt, ist halt alles wichtig. Okay, aber Support Vector Machines sind ziemlich geil. Die wollen nämlich eine relativ einfache Entscheidungsfunktion nachher haben. Und ich zeige euch das einfach mal anhand dieses Beispiels hier. Wir haben ein paar Daten, die gehören zur schwarzen Klasse und ein paar, die gehören zur roten Klasse. So, und was die Support Vector Machines macht, wenn sie denn jetzt fertig ist, ist, sie legt eine Trennlinie hier durch. Das Geschmiere hier, könnt ihr ignorieren, das gehört da nicht dazu. Jetzt ist es weg, super. Sie legt eine Trennlinie hier durch, sodass die Daten geteilt werden und möglichst gut geteilt werden. Das heißt, sie macht nicht irgendwie so eine Trennlinie oder so eine oder sowas, sondern sie macht tatsächlich eine Trennlinie, die was aussagt, nämlich links sind die schwarzen Daten, rechts sind die roten Daten. Ja, und ist dabei extrem effizient. Wir müssen am Ende, wenn wir uns entscheiden wollen, nur noch diese Funktion hier angucken. Also eine Gerade ist ja eine Funktion, wie ihr wahrscheinlich noch wisst. Und wir müssen uns am Ende nur diese Funktion angucken und wenn das Ergebnis, wenn wir, also da kann man ja dann auch einen Punkt reinstecken. Und dann kann man eine gewisse andere Funktion berechnen, werden wir alles machen. Ich erzähle euch nur kurz, wie wir vorgehen werden. Und je nachdem, ob das Ergebnis positiv ist, gehört es zur roten Klasse oder wenn es negativ ist, gehört es zur schwarzen Klasse. Ziemlich geil dann also, also einfach das Vorzeichen berechnen und schon sind wir fertig mit Berechnen. Ja, und es kann sogar sein, dass wir nicht so eine gerade Trennlinie haben. Warum wird denn das immer so verschmiert hier, Mensch? Sondern, dass wir so eine krumme Trennlinie haben, also in etwa sowas hier. Und selbst das wird gefunden, also so eine krumme Trennlinie. Es kann auch mal eine extrem krumme Trennlinie sein. Also solche Daten oder solche Trennlinien können auch gefunden werden. Das sind dann allerdings keine linearen Support Vector Machines mehr, sondern, ja, nicht mehr lineare eben. Okay, und wir werden uns jetzt angucken, wie man diese Support Vector Machines aufstellt und wie wir die Probleme lösen können, beziehungsweise wie wir sie trainieren können. Aktuell, ich möchte euch eigentlich bloß mal sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, so eine Trennlinie zu ziehen, ist es immer sinnvoller, als wenn ihr so eine richtig krumme Trennlinie ziehen müsst. Aber, ja, manchmal geht es halt nicht anders, wenn die Daten irgendwie so ein bisschen reingehen. Noch kurz zum Overfitting was. Da kennt ihr euch ja mittlerweile auch ein bisschen aus. Habe ich ja in den Grundlagen schon einiges erläutert. Wenn wir hier zum Beispiel einen Punkt haben, der schwarz ist und hier einen Punkt, der schwarz ist. Aber wir haben nur diese beiden. Und dann haben wir noch ein paar rote Punkte hier drüben. So ein paar richtig Outlier heißen die Dinger, ja. Und wir wollen jetzt unsere Support Vector Machine trainieren und trainieren und trainieren. Wir trainieren sie zu lange. Dann kann es passieren, dass so eine Trennkurve bei rauskommt. Äh, Moment. So was komisches hier, das hier durchfährt, dann sich hier durchschlängelt und wieder zurückgeht. Und, ja, da sieht man eindeutig, dass es overgefitted ist. Also so sieht wahrscheinlich keine Klassenverteilung aus. Das wäre totaler Bullshit. So was gibt es in der Natur eigentlich fast gar nicht. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir so eine Support Vector Machine bzw. so eine Trenngerade bzw. so eine Hyperebene haben, die das Ganze trennt. Da ist es wahrscheinlicher, dass wir overfitted haben. Die hier könnten vielleicht noch sein. Also, dass wir tatsächlich eine solche Trenngerade hier haben. Das mag vielleicht noch sein, ist aber trotzdem selten. Wahrscheinlicher ist es, dass wir eine gerade Trennlinie haben. Und die roten bzw. also dieser rote Punkt, dieser hier, der schwarze und der schwarze hier, dass die einfach falsch liegen und deswegen Outlier sind. Das heißt, sie gehören eigentlich gar nicht da rein. Nur so als Hintergedanke, wenn ihr an Overfitting denkt, wenn ihr die Support Vector Machine zu lang trainiert, dann habt ihr so eine mega angepasste Funktion, die euch eigentlich nicht mehr richtig alles perfekt generalisiert. Gut. Jetzt wollen wir uns natürlich den Support Vector Machines direkt widmen. Bedenkt, wir sind wieder mal im N-Dimensionalen und deswegen haben wir leider nicht so eine schöne Funktion, die einfach AX plus B gleich Y oder sowas. Sondern wir haben eine bisschen kompliziertere Funktion. Wir sagen, für die Funktion gilt W, das ist ein Vektor im N-Dimensionalen mal X. Das sind unsere Trainingsbeispiele bzw. unsere echten Beispiele dann später plus ein gewisser Bias. Es ist auch ein Vektor, also es sind alles drei Vektoren im N-Dimensionalen das, das und das. Und das muss gleich 0 sein. So, was bedeutet das jetzt genau? Das hier ist jetzt die Funktionsgleichung. Also natürlich kennen wir W nicht, wir kennen die X, das sind unsere Trainingsbeispiele am Anfang bzw. später unsere echten Daten. Wir kennen B nicht, also W und B müssen wir dann bestimmen. Können wir aber alles machen. Und was wir dann rausbekommen ist eben diese Gleichung und das ist die Gleichung für unsere Trenngerade hier. Also sowas in die Richtung. So sieht die dann aus und ja, das würde uns das perfekte Ergebnis liefern, auch wenn hier zwei schwarz auf der rechten Seite ist und zwei rot auf der linken. Alles in Ordnung, die liegen da wahrscheinlich falsch. Gut, das heißt wir wollen also diese, wo habe ich denn? Da, diese W und B wollen wir bestimmen. Also das sind wieder mal ein Vektor, das heißt wir müssen jeden einzelnen Eintrag bestimmen. Genauso bei B müssen wir auch die einzelnen Einträge bestimmen. Okay, ich denke das reicht erstmal als kurze Einführung zu Support Vector Machines. Damit könnt ihr wie gesagt super klassifizieren. Entscheidungs- oder der Entscheider später, also der Klassifikator selbst, ist die Signumfunktion auf diesem Ding hier. Das heißt ihr steckt, wenn ihr ein echtes Beispiel habt, steckt ihr das einfach hier rein und prüft, ob das Vorzeichen größer als Null ist oder kleiner, ob das Vorzeichen Plus oder Minus ist. Und dann habt ihr schon eure Entscheidung. Das heißt, wenn ihr diese Gleichung bestimmt habt, habt ihr alles, was ihr braucht. Okay, dann ja, war es das erstmal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.